ja hallo leute so und da sind wir wieder so hallo leute ja sind wir wieder mit let's battle minecraft genau bei part 2 unseres battles und ich bin grad nein und ich finde immer noch nicht nach hause ok also das war jetzt eben richtig dummheit von mir ich quatsch grad was drückt die teamsweek taste dafür damit die beins auch grad hören und ich bin tot und hier regnet es gerade ja genau nur so eine kleine wo bist du gerade ich bin in der wüste ich lauf grad wieder zurück zum weil schon dort kann ich mich besser orientieren ok ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich gerade direkt hinter dir ach so ja wir müssen in die richtung aber da hinten waren kühle kühle wurde er habe ich habe jetzt kein schwert dann gehen wir danach wieder hin ja und ich hoffe mal dass meine sachen nicht weg sind ne ich habe es dann in die truhe gemacht ah gut hier die schokercains die nehme ich gerade mal mit ja das sind noch mehr und kaktus nehme ich auch mal gerade mit obwohl kaktusse sind ja eigentlich genug ja kaktin kaktin ja ich mache mal mit kaktusse sind ja ich mache mal mit kaktusse sind ja also wenn ich im regen bin dann habe ich irgendwie ein weniger frames als wenn es nicht im regen ist weil irgendwie bei also wenn ich nicht im regen bin habe ich so eigentlich relativ konstant um die 25 frames ok im regen sind es dann nur noch um die 19 komisch achso das war der fall zum turm ne ja das war der fall ok dann mache ich das gerade mal so das heißt dann immer wo hier so ein abstand ist geht es in die richtung um zu sagen also da ok da wo die kürbisse sind sind wir zuhause ja hm genau das sieht man echt nicht sogar wenn man hier steht merkt man gar nicht dass wir da drinnen sind ja schon und komischerweise bin ich jetzt im regen und ich höre den regen nicht ich auch nicht ok ja ok hier sind uns ja das das müssen wir noch bisschen ab ausbauen pass auf beim reingehen so hier ist gerade mein Dirt ich mache auf jeden fall oben schon mal den Dirt gescheit mhm wir könnten das hier eigentlich sogar mehrstückig drin machen ne so zwei Stockwerke ja warte meine ich hatte eine Schaufel ja eine Schaufel hatte ich auch ähm ja Schauf Steinschwert achso ja ich mache gerade noch Leitern mhm ja du hast jetzt alles Holz ne ja und dann ok mit Holz müssen wir auch besorgen gehen ich geh mal die Kühe töten ok und tu ein bisschen essen und ich mache Haus und Holz besorgung ja wir brauchen aber erstmal Leitern ja genau das reicht aber ich habe gar nicht so viele ich habe noch eine in das Ruhe gefunden vier habe ich jetzt das haben wir insgesamt fünf ja das reicht grad so ok das reicht also ich besorge dann mal Essen ja und ich lasse mir hier auch noch was mit der Tür einfallen mhm so mache ich das mal schön zu wir könnten ja was mit Pisten bauen ja aber wenn man den Schalter findet ja dann ist es blöd ja und dann weiß man ja garantiert grad so dass wir hier wirklich drin sind ja ich dachte eher so etwas an einen versteckten Eingang und das tut man das von vorne nicht sieht sondern dann so seitlich in einen Block reingehen muss ja das zuerst und ich sehe schon eine Kuh und ich habe einen Zombie na ja zum Beispiel ja weil ich bin ah wow also ich habe schon wieder also ich habe noch ziemlich viel Leben ey Keule komm wahrscheinlich davon dass ich die ganze Zeit renne wahrscheinlich ja aber wir haben jetzt fünf mal Fleisch und vier Leder ok und es sind noch jede Menge Kühe da mhm ich glaube das sieht man jetzt gar nicht mehr so arg wenn da jetzt noch Gras wachsen würde naja ein bisschen sieht man es noch mhm ich muss mich hier anstrengen natürliche Abhänge nachzubauen ist am allerschwierigsten mhm jetzt kommt es wieder die Hintergrundmusik also ich glaube wir werden jetzt so leicht nicht verhungern ok wie viel hast du also ich habe jetzt 21 Steaks das sind jetzt 23 und die sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kühe ok und wie sieht es mit Kohle aus äh Kohle hatten wir 13 ok das wird was da können wir ja mal gut Abend essen ja und Leder haben wir auch jetzt 15 mhm ich bin schon Level 3 echt? mhm das ist gut ich bin sehr cool jetzt haben wir wir haben 33 Steaks jetzt ich glaube wir müssen halt für ein Paragon immer rausgehen ja und 19 Leder oh und hier sind noch so viele Kühe wow ok ich lasse die restlichen jetzt mal in Ruhe weil wir könnten ja eigentlich wenn ich habe jetzt auch so ein paar ähm Samen mhm wir könnten die ja pflanzen weil wir haben ja da unten Wasser ja ähm dann könnten wir die ja pflanzen und dann eben das Weed damit können wir die Tiere anlocken anlocken und dann ja ok ins Tiere farmen das wäre natürlich gut mhm und hoffentlich finden wir Melonen weil Melonen wachsen eigentlich wirklich am schnellsten ja und wären perfekt auch für Untertage ach gar kein weil ich bin grad am überlegen mit Farmen oberirdisch müssten wir doch relativ gut aufpassen weil wenn man dann so eine Farm sieht weiß man eigentlich dass man da ist ja also wäre ich auch irgendwie für unterirdisch ja das wird Modsarbeit mhm ja ja ich würde dann sagen ähm nächsten Morgen ich mach hier grad noch den Eingang so ein bisschen versteckt oder ne ich geh jetzt erstmal auf Holz fahren geht dann einer von uns schon einmal ein bisschen suchen wo die sind ja ja und ich habe jetzt mein komplettes Schwert eigentlich fast schon nur für die Kühe verbraten oh ja ja das ist aber nur ein Steinschlaf so bin gleich wieder da und hier irgendwie um unsere Behausung ähm ist kein Regen mehr also hört man den nicht mehr ich weiß das ist ein Bug mhm wo war der Eingang warte ich komm gleich ich wollte den Eingang jetzt sowieso noch machen ich habe jetzt auch ein bisschen Holz für ne Tür ach der war irgendwo frag mich nicht warte vielleicht hier nein ne Wender war ja tiefer weil das ist ja hier wir machen den Eingang dann hier hin ok obwohl ne warte 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 das ist blöd ne der war hier drüben ich weiß aber geh mal weg ich hab ne bessere Idee wir machen den ganz links und dann muss man sozusagen hier hier so kurz runter und dann geht man hier rein da ist ziemlich gut versteckt ja am besten hier etwa und wir könnten es so machen dass man eben obwohl ne ne will ich auch nicht sagen ne 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 meine Idee war halt hier das ganze eine Seite abzugraben und dann hier eben zum Beispiel dann eine Leiter hinmachen und da dann die Tür hier könnte man eigentlich einen schönen Panoramablick reinmachen mit Glas aber das wenn die mal wirklich zurückgehen würden würden die es sehen ja das wäre halt viel zu auffällig aber das ist eigentlich eine schöne Aussicht ja ich brate jetzt einfach mal Fleisch so wenn nicht wäre es nicht schlecht oder ja ja und dann bin ich grad im überlegen ne ich wollte es ja eigentlich wollte ich es ja doch anders machen ach was mach ich hier nein jetzt bin ich wieder gefallen unsere Bausung ist sehr gefährlich ja ich wollte es anders machen wie mach ich das jetzt am besten also wo geht man hier? ach genau hier genau dann mach ich hier hast du Cobblestone? äh ja jede Menge ok dann mach ich mir grad nochmal zwei Schaufeln warte ich gib dir mal ein bisschen was danke 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 und ich pflanze hier hinten mal Setzlinge ok so Schaufel ich bastel schon mal ein bisschen was aus dem Leder machst du dir eine Rüstung? ja ich kann dir auch was machen ok ok und ich mach mir auch gleich zwei Steinspitzhacken eine für mich eine für dich mhm gut also ich hätte jetzt ähm einen Helm, zwei Stiefel und einen ja so einen Brustpanzer ok das ist gut lass uns jetzt durch zieh mir einfach mal ein paar Schuhe an ok hab ich noch ein anderes für dich ist es eigentlich bringt eigentlich alles gleich viel Schutz oder? ich hab keine 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 Ahnung was das ist ja die geben alle gleich viel Schutz ok also dann hab ich so dann kriegst du noch die Schuhe und den Helm mhm warte wo bist du? ich bin oben auf dem Dach ich mach Dach arbeiten weil das mir noch nicht so gut gefällt hast du mich eben geschlagen Anni? äh ne ich bin unten prätzt du grad schon mal ein bisschen Fleisch? ja ist schon im Ofen warte hier ist ähm einmal die Stiefel danke und der Helm und du musst was essen wie sehe ich aus mit dem Helm? sieht gut aus ja extrem ja so ist schon was von Fleisch fertig? ja reichlich zwölf Fleisch sind schon fertig oh das ist super ich nehme also sieben na 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 so ok ach du hast hier schon eine kleine Farm gemacht? mhm finde ich gut ich mach noch ein bisschen mehr ich hab nämlich noch ein paar Sätzlinge mhm so was wollte ich wie wollte ich das hier machen? ok dort hab ich jetzt aber keinen mehr genau ich wollte hier ach ich brauch wieder Dirt ach beim Hausrohr muss man immer so viel überlegen ja nicht nur ein Zombie nicht nur ein Zombie so nö so nö so nö 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 ich helfe dir jetzt auch mal ein bisschen ist es nicht warte mir weil ich hatte grad beim Eingang jetzt nur ne gute Idee ok ok und die war wie war die denn nochmal? wollte ich gerade machen äh können wir uns schlafen legen? achso ähm schlafen legen ja können wir gleich machen einen Moment bitte noch ich brauch nur noch eine Minute ok? ok nein das mach ich ok so jeweilig hier wollte ich jetzt das machen ähm genau so wollte ich das machen dann kann man rein theoretisch und 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 praktisch praktisch auch und so hier rum und dann da rein und dann ja perfekt ja ähm du ähm Janik ja wo ist meine Schoppel hin? ich hab mir doch zwei gemacht die haben uns jetzt auch schon gefragt ob wir uns schlafen legen jo da würde ich sagen mach ich hier grad mal einen Dirtblock hin und hier oben auch noch als provisorische Tür mach mal eine Chess und mit dem Schlafen legen endet dann auch dieser Part hier der Part 2 ach komm schon drauf das Ding so ich stell hier grad mein Bett auf so Leute dann legen wir uns schlafen und dann beenden wir hier auch den Part mit dem Schlafen legen ok? Moment ok ich leg mich noch kurz rein ah äh gute Nacht also Leute das war's wieder mit dem Part und schlaft gut wenn das ist